Schiedsrichter der Begegnung ist der Herr Johannes Humber vom ADS Kulmbach, wird assistiert von Rufen Kerner, von DSV Trägers und von Maximilian Stumpf. Ja, und jetzt in der dritten Spielminute ist es 1-0 für die Gästequallen, Dorschichter Nummer 7, Fabian Kahl. Ja, und jetzt in der dritten Spielminute ist es 1-0 für die Gästequallen, Dorschichter Nummer 8, Fabian Kahl. Ja, und jetzt in der dritten Spielminute ist es 1-0 für die Gästequallen, Dorschichter Nummer 8, Fabian Kahl. Schieappe, Prioressrichter Nummer 8, Fabian Kahl 2018, Saddam Kahl. In der 30. Spielminute erzielt der SV Mergendorf das 1 zu 1. Dorschütze mit der Nummer 11 Dürrberg 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 Dürr Ja! Musik Auf den Stein, auf jeden Fall, um Siegen! Einfalt! Langsender, langsender! Hasarde! Der Gewächter! Auf die Kirche! Vor alle, they! Ja! Alle, alle! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018